Da ist Babus! Und da ist ein Ei! Ich habe übrigens noch keinen Creeper gesehen in dieser Welt, einmal bin ich quasi nachts gespawnt, oder nicht nachts, kurz bevor Nachtanbruch, bin auf einer Insel geschwommen, zack, da war ein Creeper, Toad! Macht mich Nein! Natürlich! Alter! Na, es reicht auf jeden Fall! Alter, warum kann man die überhaupt nicht einsetzen? Sugar Canes! Sugar! Muss man vielleicht da die Hacke benutzen? Oder ist irgendwas an mir vorbeigegangen? Ich probiere es jetzt einmal! Irgendwie finde ich das seltsam, aber naja! Müssen wir halt immer hierher kommen! Ja, das ist halt nicht so gut! Wenn Zucker einfach nicht mehr anpflanzbar ist! Oder muss das vielleicht doch auf Erde sein? Nein! Es klappt einfach nicht! Sand! Äh, es klappt nicht! Ja, und wo haben wir jetzt den Rest Zuckerrohr? Achso, schon Zucker! Ja, das reicht einmal an Zucker! Jetzt haben wir Milch! Wir haben Eier! Wir haben Weizen! Wir haben Zucker! Das heißt, dem Kuchen steht nichts mehr im Wege! Was bringen nochmal Kaktüsse? Außer, dass man sich Monster fernhalten kann? Nix, glaube ich! Dann brauche ich den Schmor noch nicht! Aber dass man Zucker jetzt nicht mehr anpflanzen kann, finde ich ein bisschen seltsam! Und doof! Und scheiße! Wenn einem ein Hühnchen im Wald begegnet! Ah ja doch, ich habe in der Let's Play Welt schon mal Kripper gesehen! Eh hier in der Gegend! Ich erinnere mich, als wäre es jetzt! Nein! Nein! So, jetzt haben wir alles! Crafting Rezept habe ich natürlich nicht parat! So... So... Ich glaube, das ist jetzt völlig falsch! Ja, ist es! Verdammt! Lass... Lass mich nochmal eine Sekunde nachschauen! Ja, ich muss jetzt mal hier... Minecraft Kuchen... Äh... Ja... Nein! Ja, hier bin ich übrigens noch! Ja, aber ich muss hier kurz was schauen! Scheiße! Jetzt geh endlich Internet! Wenn ich was hochlade, ist es nicht das Beste gleichzeitig das Internet zu benutzen! Äh... Ja... Hier, ja! Mil... Drei Milcheimer! Oh Gott! Okay! 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 Ich kapiere! Wir müssen das Eisen verbraten! Sorry, Leute! Aber... Ihr habt's ge... Ja... Ihr habt's nicht gelesen, aber ich hab's gelesen! Man braucht drei Eimer voll Milch! Dafür können wir uns dann quasi unendlich viel Kuchen produzieren! So... Naja... Ja... Aber... Komm schon, Milch! Kuh! 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 Danke! Ha! Aha! Jetzt haben wir drei Eimer Milch, das heißt, unserem Kuchenglück kann nichts im Wege stehen, im Wege stehen. So, und jetzt machen wir hier mal Disco-Mucke. Moment, äh, ja wurscht, ich tanze einfach. Ja, ich drücke hier einfach Wildtasten, das ist vielleicht nicht so gut. Ja, und es kommt, weil wir so gut drauf sind. Weil wir so gut drauf sind. Und nur deswegen, ah, schön Beinbrechen, ja, das tut doch gut. Und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, und rüber, und runter, und... Was, was, ich... So, und jetzt wird's endlich Zeit für... Kuchen! Für Kuchen! 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 Kuchen, hm... Schade, dass man einmal nichts decken kann. Naja, aber wir füllen sie gleich wieder voll. Dann können wir uns... Vielleicht können wir uns zwei Kuchen machen. Das wär so geil. Zwei Kuchen, bitte. Das, und das, und das, falsch, das. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Weizen, aber... Es ist noch nicht reif, verdammt. Na ja, müssen wir uns halt mit einem Kuchen begnügen, aber wir haben Kuchen! Wir haben Kuchen! Wir haben Kuchen! Wir haben Kuchen! Hm... Jam, 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 jam! Jam, Kuchen! Wurlt! Kuchen! Scheiße! Jetzt fliegt da ein Kuchen, und wir können ihn nicht verwenden. Wenn man ihn jetzt zerstört, dann ist er auch für immer weg, aber... Wir haben... Wir haben Kuchen! Ganz lecker Kuchen! Kuchen jetzt buchen! Ah, ich frag mich schon. Ah, ich frag mich schon, wenn wir da nichts haben. Und ich mag jetzt am besten... Am besten ist es jetzt... Vielleicht kann ich es in dieser Aufnahme noch schaffen. Wenn ich jetzt so viel renne, wie möglich. Das heißt wirklich Sprinten... Hoch 10! Querfellern Sprinten! Vielleicht hilft das auch... Wurscht, einfach jetzt querfellend einsprinten! Sprinten, 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 Sprinten! Ja, es funktioniert! Die Leiste nimmt ab und... Na, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sprinten jetzt einfach in neue Gefälde. Und wir sprinten am Landweg zurück. Geht da lang. Äh, scheiße! Nein! Fuck! Da können jetzt nämlich auch... Tagsübermonster sein. Und... Spiel ich eh... Ja, ich spiele auf Easy. Ja, ich bin immer noch nicht ganz so... Glücklich, aber naja... Herzschmerz vergeht irgendwann. Leck mich doch. Dreckteiser. Ich schlug nur mal ganz kurz rein. Also... Gut, das ist... Sehr gut, dass hier nix weiter ist. Scheiße! Ich hasse so viele Höhlen... zu haben... Aber naja... Nein, fuck! Und wir regenerieren uns nimmer! Genial! So! Ja, pfff! Du mich auch! Ja, 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 ja! Jetzt müssen wir noch Folgendes tun. Wir müssen uns ein bisschen Schaden zufügen. Schaden zufügen. Kennst du ja... Oh! Bam! Von einem Selbstmordversuchen! Ja, ja, ja... Solltet ihr welche gehabt haben, wenn nicht, ist auch gut. Seid auch nicht ausgeschlossen aus der Community. Und jetzt! Moment, ich schau nochmal... Vielleicht kann ich jetzt noch passende Musik... anmachen. Naja. Ich würde gerne noch ein bisschen warten. Kuchen! 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 Wir haben Kuchen. Was passiert eigentlich, wenn ich... Können wir den jetzt aufsetzen? Wir können das Scheißding nicht aufsetzen. Naja. Kuchen. Ich liebe Kuchen! Und es wird Abend. Ja, ich will schlafen! At night sleep! Nein, was ist besenklich? Block-Funktion! Block! 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 Funktioniert nicht wirklich. Gut! Schlafe nochmal drüber! Ich hoffe, jetzt ist unsere... Ding nicht wieder gehalten. Gott sei Dank! Ja! Und bevor... Schau mal jetzt nochmal, ob ich sich hier was angesammelt hätte. Nein, leider noch nicht. Also entweder die Monster-Falle funktioniert nicht, oder... Spawn einfach zu wenig Monster. Naja, ist ja auch egal. Jetzt... Gibt es... Endlich! Kuchen! Lecker! Ja, ja! Ich tanze auf dem Tisch! 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 Yippie-yay! Schweinebacke! Und ich sage... Ja, es müsste gerade... Der Vorweihnachtstag sein. Also der 23. September. Und ich sage... Noch ein... Frohes... 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 Weihnachtsfest! Morgen kommt noch ein... Advent... Äh... Also ein Weihnachtskommentary. Und ich sage... Gute Nacht! Bis zum nächsten Mal! Nach Weihnachten! Ähm... Wurden alle ihre Geschenke haben! Und wenn mir einer von euch... Meine Geschenke klaut, dann verarbeite ich ihn zu Brei mit meinem Schwert! So wie das Bett! Okay, aber... Ich will jetzt wirklich nicht mehr spaßen! Ich wünsche euch schöne Zeit! Und... Ciao!